Ich heiße Saskia Junke, bin 14 Jahre alt und spiele im Mittelfeld. Bisheriger Verein? Ganz am Anfang habe ich bei Westheim gespielt, dann beim TSV Michelfeld und danach bei Hall. Was sind die persönlichen Ziele, die du hast? Also, dass ich mich weiterentwickele und eine gute Saison spiele. Und die Ziele mit der Mannschaft in der Saison? Dass wir was in der Bundesliga schaffen. NBW. Energie braucht Impulse.